Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Part Let's Play Uncharted 4 Elgiv sind schon schief gehen ja da hast du recht, Nathan! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Aethan, Aethan, halt! Das geht nicht, du bist zu niedrig! Ich drücke es runter! Los! Oh, was machst du dann, du, Nate? Das ist ja mal ein guter Einstieg in die Folge! Wir kacken gleich mal ab! Ich drücke es runter! Los! Ach, da lang! So, jetzt klappt das auch! Äh, gut! Und ich? Stimmt, ich sehe mich auch! Cool! Cool! Ich warte einfach hier! Ja, 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 ist doch egal! So, jetzt! Hopp! Mach das! Hier! Okay, ich habe hier ein Gericht für die Wippe! Wunderbar! Was? Was ist das denn da lang? Warte, dann nehmen wir es nochmal an, dass da... So... So... Und jetzt! jawohl uns bringt schnell nix um im Moment wäre mir eine Todesfalle lieber im Moment hoffe ich dass wir es mal geschafft haben ja das hoffe ich auch das wäre geil wenn es geschafft wäre aber mal schauen wo uns die wieder hinführt oder baut ausgefallte Tests da können wir wieder reingreifen schon wieder ein Kreuz zumindest sind diesmal Edelstände drin was nicht anfassen was wieso sie genau hin ist das einzig wertvolle in dieser Höhle stimmt das ist wieder ein Test abgehen er oder ihr Gegenteil ok also die Münzen es müssen die Münzen sein sind wir uns da sicher naja ziemlich ziemlich muss reichen ok aber nur einen abgehen schon klar bitte sei keine Falle oh was ist jetzt los was ist jetzt los komm das ist irgendeine Insel aber welche kennst du die Farm? das ist Madagaskar Madagaskar da der Stern hier das ist Kings Bay ja genau dieser Drecksack er will uns verarschen was redest du da? Avery er will uns verarschen das hier sollte der Ort sein also wo ist der verdammte Schatz? ich meine Kings Bay toll und was dann? der Nordpol das Weltall Nathan wer würdig ist den erwartet das Paradies er er suchte Leute wer suchte Avery suchte Leute er suchte Leute wofür ach sieh mal an wer da ist Sie meine Herren machen sehr viel Lärm Waffen hinlegen langsam ich schulde ihnen noch was von neulich aus dem Fensterwerfen hat nicht gereicht Rafe Rafe bitte komm ich bin auf dem Friedhof Nadine Sie waren hier ja sie stehen gerade vor mir was? wo bist du? komm zurück zur Kathedrale folg einfach den Löchern schon unterwegs und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht dann beeil dich mal lieber Kings Bay ja aber ähm wo in Kings Bay? sie brauchen das Kreuz da um das herauszufinden aber es gibt nur zwei Menschen die wissen wie man es benutzt Lassen sie mich raten sie zwei wenn sie es Rafe überlassen werden sie lange warten müssen sorry Jungs ich bin nicht zum verhandeln hier bringt mir das Kruzifix es ist kein Kruzifix was? ja ein Kruzifix stellt das Kreuz dar an dem wissen sie was? völlig egal nicht anfassen nicht anfassen verschließ ihn war ja klar ja 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 die Lagenunschlauch rennrenrenrenn nate wir wollen doch los da ich geb den Ko Ah, Scheiße! Was macht der denn da? Mach ich! Fein um dich, fein! Müssen wir auch noch aufpassen, dass wir uns hier nicht abkmalen. So, und jetzt in Deckung gehen. Was ist der Plan? Ich arbeite noch mal! Boah, halt dich fest, Nate! Wir müssen oben rum raus! Hey, Ben! Was geht jetzt? Glück gehabt! Okay, Sam! Weißt du hier noch bitte! Zwei auf einmal. Ja, gestochen, geschlagen und es angezündet. Ja, aber wo jetzt lang? Ach, hier lang? Geh ich mir auf den Sack, habe ich dir schon gesagt? Was? Geh ich mir auf den Sack! Das war scheiße geregelt. Das muss man besser machen. So, jetzt passen wir das besser. So, hoffentlich ist jetzt was geiles dabei. Moss und ne Para. Und jetzt Lauf Nathan. Oh nein, nein, nein! Alter, das geht doch nicht! Was ist denn jetzt los? Was ist denn mit der Flasche los? Oh, 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 oh! Machen wir mal hier ein bisschen Feuer weg. Ich könnte es nur mal mit der Moss versuchen. Und die Moss, die Moss trifft natürlich. Und die anderen haben nix schönes dabei. Nimm das! Wo die Action! So, da geht es mal schön mit der schroten Fahrzeugen rein. Ich höre, das Feuerwerk wird hier! Was zum Teufel ist laut? Nein, wir Geschichte! Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg! Hör das Lachen nicht mehr! Haltet euch! Mit Walter! So, hier lang. Help! Halt! 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 So, der Armgeschütze ist erledigt. So, der Armgeschütze ist erledigt. Hey, es gibt eine Sterbfolge. Einmal. Zweimal. Zweimal. Nachladen. Und weiterfeuern. But danach... Und noch mal. Und da... Untertitelung des ZDF für funk, 2017